Bei normalen Leuten muss es aus 1 Meter Höhe auf den Boden fallen, einmal. Bei Theben muss es aus 10 Meter Höhe achtmal auf die Ecke fallen und darf nicht kaputt gehen. Nicht wahr, Tino? Ja! Wenn KNX-Systeme in bestehenden Gebäuden flexibel erweitert werden sollen, dann kommen häufig Funkmodule ins Spiel. Schließlich lässt sich damit eine aufwendige Verdrahtung ersparen. Theben hat nun die Reihe der bestehenden Funkaktoren optimiert. Was genau daran verändert wurde, das fragen wir heute unseren Produktmanager Tino Schleich. Hallo Tino! Hallo Steffi! Tino, du hast uns die Reihe der neuen Funkaktoren mitgebracht. Was genau habt ihr daran optimiert? Durch den Einsatz eines neuen Funkchips konnten wir bei unseren Funkaktoren die Sendempfangsleistung massiv erhöhen. Massiv erhöhen? Tino, Zahlen, Daten, Fakten. Was habt ihr damit gemacht? Ja, in der Praxis bedeutet dies, dass wir mit dem neuen Funkchip die Sendeleistung um satte 200 Prozent erhöhen konnten, was zugleich eine Verbesserung der Reichweite um 100 Prozent bedeutet. Dadurch haben wir natürlich im Gebäude eine optimierte Funkkommunikation und eine verbesserte Durchdringung von zum Beispiel Decken und Wänden. Gilt das jetzt für alle Themen Funkaktoren? KNX, Luxor Living, profitieren alle davon? Ja, das gilt für alle Funkaktoren aus unserem Sortiment. Das heißt für alle Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Heizungsaktoren, die Funktaster-Schnittstelle und natürlich auch für alle Funkaktoren unseres Luxor Living Smart Home Systems. Jetzt bin ich aber neugierig. Wie funktioniert so eine Funkkommunikation? Wie funktioniert es im Gebäude? Bei unseren Funkaktoren vermitteln wir das Frequenzband 868,3 MHz. Wir kommunizieren nach KNX-Standard RF1R im System-Mode und über ein integriertes LBT-Verfahren, LBT steht für Listen Before Talk, werden Kollisionen in der Kommunikation wirkungsvoll verhindert. Bedeutet, jedes Gerät, das eine Information aussenden möchte, prüft zunächst, ob das Band frei ist sozusagen und sendet erst dann seine Informationen aus. Wie sicher so eine Kommunikation im Gebäude ist, das fragen wir jetzt unseren Experten. Bei der Sicherheit, da sieht es gut aus. Zunächst mal sind alle KNX-Funkaktoren in einer sogenannten Funkdomain zusammengefasst. Das kann man sich vorstellen wie verschiedene Netzwerkbereiche. So ein extra abgedrehnter Netzwerk- oder Funkbereich, in dem nur die Geräte miteinander kommunizieren, die das auch sollen. Das war allerdings nur die erste Stufe der Sicherheit. Die zweite Stufe sieht so aus, dass alle KNX-Funkaktoren KNX Data Secure unterstützen. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen den Geräten verschlüsselt wird. Wenn ich meine Anlage durch KNX-Funkaktoren erweitere, habe ich die maximale Flexibilität, was meine Anlagengestaltung angeht und dabei keinerlei Einbußen in Sachen Sicherheit. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben ein breites Produktsortiment an Aktoren. Wir haben eine Top-Sendeleistung, eine hohe Reichweite. Wir haben eine große Sicherheit bei den KNX-Funkaktoren. Tino, was möchtest du ergänzen? Ja, da gibt es schon noch so einiges. Also zum Beispiel, dass man jeden KNX-Funkaktor auch als Repeater einsetzen und somit die Reichweite nochmals erhöhen kann. Oder worauf es bei Planung und Montage von Funkaktoren wirklich ankommt. Aber ich denke, dazu drehen wir am besten nochmal ein separates Video. Ich denke auch. Tipps und Tricks bei der Montage und bei der Planung. Daher dranbleiben, einschalten. Wir freuen uns auf euch.